Also was wir machen ist, kurz gesagt, Gregorian Chart, das ist sozusagen der gregorianische Choral. Der Untertitel könnte sein, gregorianischer Gesang trifft Welthits oder Superhits. Ja, alle diese Lieder muss man sich insofern so vorstellen, als dass diese Lieder jetzt tatsächlich im Mönchs-Sound gesungen werden, im gregorianischen Choral, im sakralen Sound, doch mit Popmusik hinterlegt. Also die Sachen sind auch vollkommen neu ragiert und produziert von mir. Und das ist sozusagen eingebunden in eine Lichtshow, in eine Lasershow und mit tollen Choreografien auch. Wir haben auch Tänzer dabei, wir haben wunderbare Gäste dabei, wie zum Beispiel den deutsch-amerikanischen Musical-Star Kathy Savannah Krause, die sozusagen dann den weiblichen Part in dieser Show übernimmt. Und wunderbare Sänger, wie zum Beispiel den Hauptdarsteller aus dem Phantom der Oper in Hamburg, den Dale Tracy. Ja, und also es ist ein gutes, gutes Ensemble und all das ist sozusagen sakral im Mönchs-Sound gesungen. Also es ist ein Crossover. Jeder, der Crossover-Shows mag, glaube ich, ist dabei ganz gut dabei. Es gibt ein drittes Konzert und zwar am 19.07. im Finkenstein in der Bürger-Arena in Kärnten. Also alle, die in Kärnten Urlaub machen, sind natürlich herzlich eingeladen, das auch anzuschauen. Aum